Da würde ich sagen, machen wir weiter mit deinem Sohn. Ist der ready? Ich bin gespannt. Du darfst ihn anmoderieren, komm. Ja, ich bleibe hier dabei. Warte, moderiere ihn doch an. Mach eine Moderierung. Ja, ja, mach ich. Ja, gut. Ich bin mal gespannt, was er über seinen Sohn jetzt sagt. Gönn. Dein Vater moderiert dich an. Gibst ihm Zeichen, dann moderiert er dich an. Dann kann es losgehen. Geil, geil. Findest du eine gute Idee. Okay. Ich glaube, bei mir mache ich dann auch den Ventilator aus oder stört dich nicht? Findest du gut. Findest du gut. Nee, stört gar nichts. Wir hören alles gut. Alles top. Ah ja, gut. Ja, zu meinem Lied. Ich habe gedacht, ich performe jetzt doch lieber sowas, was schon drin sitzt, was schon ein bisschen safer ist. Ein Cover von irgendwas. Oho. Schade. Ich weiß nicht. Ich hätte mein Lied so Pi mal Daumen, aber fühle mich noch nicht so, als ob es krass wäre. Und was sagst du, Finch? Willst du ihm Rat mitgeben? Also, meiner Meinung nach muss man... Also, die Gegner sind ja sehr stark. Sind stark, auf jeden Fall. Ja, und wenn du jetzt... Also, meiner Meinung nach solltest du riskieren. Weil, äh, alles oder nichts. So, du hast mit... Es wäre quasi so eine Resignation. Ja. Ja, aber du kannst doch hier eh nicht verlieren, alter Dicker. Du kannst hier nicht verlieren. Du hast mit deinem Vater schon, ja, du bist aus dem talentiertesten Schwanz der Niederlande rausgekrochen. Das heißt, du hast hier schon überzeugt. Du hast hier schon überzeugt. Also, ich würde an deiner Stelle ruhig das Risiko gehen und einfach selbstsicher sein, dass man weiß, ihr seid die beste Familie heute. Auf jeden Fall. Papa ist einer von uns hinten mit dem Dosenbier. Ehre. Jawohl. Und, äh, 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 kündige, äh, Papa soll ankündigen jetzt. Und dann legst du einfach los. Und sei nicht nervös. Du hast mit dem Papa auch noch ein gutes Pferd im Rennen und seht das als gemeinsamen Gewinn, wenn es einer von euch machen sollte. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ja, auf jeden Fall. Und ihr habt jetzt schon wirklich... Ihr habt sehr, sehr viele positive Stimmen hier, äh, abbekommen. Alles wird gut sein. Mani mag das auch Risiko. Risiko. Mani mag das auch Risiko, ja. Also, wir bleiben drin. Wir bleiben drin. Alge. 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 Dann muss ich ja quasi das Lied spielen, ne? Ich hätte aber auch ganz gerne mal so... Du hast fünf Minuten Zeit. Mach daraus, Horst. Fünf Minuten hast du. Ey, in den fünf Minuten kriege ich beide hin. Ich hätte auch zwei geschrieben. Ja, aber ey, die sollten nicht unterbrechend sein, ne? Ja, ja. Eine Nummer. Eine Nummer. Max fünf Minuten. Versuch's irgendwie zu mixen. Was weiß ich. Medley. Ja, machst du Medley. Das geht. Bist du ready? Papa soll ansagen, Sohn. Wir legen los. Papa, du sollst die Ansage machen. Die Ansage. Okay. Meine Damen und Herren. Ich präsentiere euch. Mein Sohn. Früher mal ein Holländer. Jetzt ist er Deutscher. Leider. Aber. Hier kommt er. Luke. Billy. Dankeschön. Dankeschön. Okay. Alles klar. Kann ich immer wieder entschieben? Spiele mal. Spiele mal. Spiele mal. Spiele mal. Hm. Ich spiele erstmal eine andere. Okay. Die Tag. Ich bin so gern. I sprich zur Zeit. Ich bin so gern über den I don't want to hurt you, but I need to breathe At the end of it all, you're still my best friend But there's something inside that I need to release Which way is right? Which way is wrong? How do I say that I need to move on? You know we'll hate it's every way And it feels like I am just too close to love you There's nothing I can really say I can lie no more, I can hide no more I don't get to be true to myself And it feels like I am just too close to love you So I'll be on my way 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 I'll be on my way So I'll be on my way So I'll be on my way Vater Wo hast du das Ziel gelernt? Die Flecken im Klo Sagen ganz weit entfernt Erstmal nah dran Nach 60 Jahren Übung Trotzdem erzählt er über mich Und ich wär so, so dumm Alter! Diese Story zwischen dem Wein, ey! Und ich dachte, ich wär raus Aber ich steh wieder auf Mach die Tore auf Ich komm jetzt rein In eure Herzen Wer da bleibt Willkommen Danke, Vater, für deinen Support Alter Verwalter! Ohne Scheiß, Junge! Junge! Das war super, Junge! Alter, ey! Ey, auch wie dein Vater noch hinten mitmacht Als die Partie über den Geist Es hat diesmal perfekt gepasst, was er gemacht hat Alter, das war... Ey, hat dein Vater überhaupt gehört, was du gesungen hast? Ne, ne? Keine Ahnung Ne, mach die Ahnung! Hahahaha! Hahahaha! Er hat hinten mitgeklatscht! Er hat hinten mitgeklatscht! Hey! Alter, das war ohne Scheiß Alle beide Ich kann nicht zu viel Props geben Ihr wisst, Voting kommt noch Aber ey Talent ist da, ne? Finchie! Ja, auf jeden Fall Safe Also, dass du das in kurzer Zeit jetzt so ein Ding noch hier gebracht hast War der noch okay so? War's okay? Bist du doof, oder war's okay? Ja, aber jetzt wird mein Meisterwerk haben so... Ja, das ist wie so ein perfektes Mädchen, was denn sagt, aber ich bin hier ein bisschen dick an der Hüfte Nein, das ist geil, Alter! Du bist geil, Alter! Das ist geil! Danke! Finch, danke! Ey, wir werden sehen, wie, wie, wie hoch dir das... Oh, Papa, jetzt heute aber in Musikraune, hier hinten nochmal die Ukulele raus! Ey, alles, der ist bereit! Der ist bereit! Sollte das heute hier durchgehen! Ey, wenn das heute, wenn ihr gewinnt, dann habt ihr heute noch richtig viel Spaß, dann werde ich alle Leute rüberschicken! Guck mal Papa an, heute Abend, Stefan Raab, live nochmal! Ich wusste gar nicht, was die Belohnung ist, Rabi Graab, okay, mitzumachen! Ey! Vater spielt Rabi Graab! Ich kann nur sagen, ohne Witz, ich danke euch, dass ihr hier teilgenommen habt, egal wie das Ding nachher ausgeht, ne? Ganz toll, ganz tolle Kandidaten, wirklich! Und wir hauen auch nochmal euren Kanal in den Stream, falls es nicht reichen sollt, dass euch Leute noch finden! Es war echt toll einfach, ne? Wir fühlen uns jetzt schon top, war jetzt schon das geilste überhaupt! Vielen Dank, dass ihr euch da sehen durfte und hören durfte und euch kennenlernen durfte! Ganz toll, ganz toll! Meine Damen und Herren, nochmal einen großen Applaus für Luki und für seinen Vater, Theo! Alter! Mega! Mega! Danke, Jungs! Dankeschön! Vielleicht kommt der Host nachher! Danke fürs Dabeisein, ne? Erstmal entspannen! Ja, danke! Ciao! Ey, Alter Finchi, was soll ich dir sagen? Ey, ey, es ist krass!